Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe gedacht, wir hören so ein bisschen tanzen. Ein Stück von Pina Bausch. Als ich von der gehört habe, ich so, erst mal, wer ist das? Ich kenne die Frau nicht. Bei jedem Schritt sind Gefühle im Spiel. Nähe, Distanz, Zärtlichkeit, Vertrauen, Unsicherheit, Scham. Und immer wieder Mut. Ich bin da vielleicht so ein bisschen eigen. Ich öffne mich halt nicht so gerne vor anderen Leuten. Man hat Freundschaften geschlossen mit Leuten, die man so auf der Straße sehen würde. Sagen wir, nee, lass mal lieber. Dass das so eine wunderbare Gemeinschaft geworden ist. Das macht mich glücklich, ja. Nee, ich bin nicht aufgeregt. Ich weiß auch, wer hat können. Aber ich habe oft genug geübt. Tanzträume In Erinnerung an Pina Bausch In Erinnerung an Pina Bausch In Erinnerung an Pina Bausch Nun bin ich keine Ahnung mehr mehr 행복. alive ambition, keine Ahnung mehr über die Rod in Erinnerung an Poetasse get九ümüzferien Vielen Dank.